Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie die Kamera mit der Halterung verbinden. Dazu lösen Sie zunächst die Schrauben an der Unterseite des Kamerakopfes, dann die Schrauben an der Halterung. Der schwarze Teil, der sich dann löst, wird mit der Unterseite der Kamera verbunden und am Ende kann man so alle Komponenten wieder zusammen verbinden. An die silberne Box im Lieferumfang wird das Netzwerkkabel zum Router, die Stromzufuhr, ein Kabel zur Kamera und ein Kabel zur Halterung angeschlossen. Sobald die Stromzufuhr vorhanden ist, schaltet sich die Kamera ein. Sie finden das Produkt auf www.alarm.de